42 Später würde Xex denken, dass aller Guten, ebenso wie aller schlechten Dinge, drei seien. Sie hatte diese Erfahrung bloß vorher noch nie gemacht. Nicht mit den drei Dingen, aber mit den drei guten Dingen. Dank Johns Blut und Doc Janes handwerklichen Fähigkeiten war sie eine Nacht nach der Konfrontation mit Lash wieder auf den Beinen. Und sie wusste, dass sie wieder sie selbst war, weil sie ihre Büßergurte wieder angeschnallt hatte. Und sie hatte ihr Haar geschnitten. Und war in ihrem Haus am Hudson River gewesen, um sich mit Kleidern und Waffen einzudecken. Und sie hatte etwa vier Stunden lang Liebe mit John gemacht. Sie hatte sich auch mit Raph getroffen. Und es sah so aus, als ob sie einen neuen Job hätte. Der blinde König hatte sie dazu eingeladen, mit der Bruderschaft zu kämpfen. Und auch als sie darüber erschrak, blieb er dabei, dass ihre Fähigkeiten sehr gut für den Krieg gebraucht werden konnten. Und ja, verdammt, ein paar Lässer töten? Großartig, großartige Idee. Das war, was sie wirklich wollte. Und um weiter über Wirkliches zu sprechen. Sie war nun wirklich in Johns Zimmer eingezogen. In seinem Schrank hingen ihre Lederklamotten und ärmellosen Shirts neben seinen. Und ihre Stiefel standen in Reih und Glied. Auch ihre Messer und Schusswaffen, sowie ihre kleinen Spielzeuge, waren in seinem feuersicheren Schrank verschlossen. Sogar ihre Munition war im gleichen Stapel. Ach, verdammt romantisch! Es war alles wie immer. Außer, nun, außer der Tatsache, dass sie dazu gezwungen war, auf diesem großen Bett zu sitzen und ihre schwitzenden Hände an den Lederklamotten zu reiben. So circa seit einer halben Stunde. John trainierte unten. Und sie war froh, dass er im Moment irgendwas anderes zu tun hatte. Sie wollte nicht, dass er sie so nervös sah. Denn es stellte sich gerade raus, dass sie außer einer Phobie vor Medizinkram wohl noch von einer anderen Angst geplagt wurde. Die Vorstellung, während der Vereinigungszeremonie vor einer Masse von Leuten und im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, ließ ihr schlecht werden. Was nicht überraschend war. In ihrem Job als Attentäterin war es immer wichtig, unentdeckt zu bleiben. Und sie war eben von ihrem Charakter her und wegen ihres Berufes eher introvertiert. Sie drückte sich nach hinten an die Kissen, lehnte sich gegen das Kopfende, schlug die Beine übereinander und griff sich die Fernbedienung. Das kleine schwarze Ding erledigte seine Aufgabe mit Bravour, schaltete einen Flachbildschirm ein und ließ sie die Fernsehkanäle so schnell wechseln, wie ihr Herz schlug. Es war nicht nur die Tatsache, dass bei der Zeremonie so viele Vampire anwesend sein würden. Die Verbindung selbst brachte sie dazu, darüber nachzudenken, wie so etwas normalerweise abgelaufen wäre, wenn sie ein normales Leben geführt hätte. In solchen Nächten zogen sich die meisten Vampirinnen Roben an, die nur für diesen Zweck gemacht wurden, waren. Und sie wurden mit Familienschmuck behängt. Sie freuten sich darauf, ihrem zukünftigen, von ihren stolzen Vätern übergeben zu werden. Und von ihren Müttern wurde erwartet, dass sie heulten, was das Zeug hielt. In diesem Moment und beim Gelübde. Xex hingegen würde die Reihen allein abschreiten. Sie würde Leder tragen und ein ärmelloses Shirt, weil sie nie andere Kleider besessen hatte. So wie die Sender vor ihren Augen vorbeischossen, schien sich auch die Kluft zwischen ihr und normal aufzutun. Genau wie zwischen ihrer Lebensgeschichte und normal. Alles, angefangen bei ihrem unreinen Blut, dem verbundenen Paar, das einen Albtraum aufgezogen hatte. Und alles, was ihr zugestoßen war, seit sie deren Hütte verlassen hatte, würde auf ewig festgeschrieben sein. Konnte niemals geändert werden. Zumindest wusste sie, dass das wundervolle Paar, das versucht hatte, sie als ihr eigenes Kind aufzuziehen, selbst noch Nachwuchs bekommen hatte. Ein Sohn, der stark geworden war, sich gut verbunden hatte und ihnen eine neue Generation der Familie beschert hatte. Das alles hatte es ihr sehr viel einfacher gemacht, sie zu verlassen. Doch alles andere in ihrem Leben, außer John, hatte kein gutes Ende gefunden. Oh Gott! Vielleicht war auch das der Grund für ihre Nervosität. Dieses Bindungszeug mit John war so eine Offenbarung. Einfach zu gut, um wahr zu sein. Sie runzelte die Stirn und setzte sich aufrecht hin. Dann rieb sie sich die Augen. Das, was sie da am Bildschirm sah, konnte nicht wahr sein. Das war gänzlich unmöglich. Oder doch? Sie suchte nach dem richtigen Knopf auf der Fernbedienung und stellte lauter. Die Stimme des Erzählers verklang im Nichts, während die Kamera in das Porträt eines dunkelhaarigen Mannes mit gequältem Blick hineinzoomte. Mörder! Sie würde dieses Gesicht überall erkennen. Sie sprang auf und rannte zum Fernseher. Doch was sollte das bringen? Die Kamera schwenkte zurück auf einen wunderbaren Salon. Und dann wurden Außenaufnahmen eines weißen Plantagenhauses gezeigt. Der Moderator sprach von einer Extra-Live-Schaltung, während der sie versuchen würden zu beweisen, dass der Geist des Bürgerkriegsgegners, der so vielen geholfen hatte, immer noch in den Räumen und auf dem Grund, auf dem er einst gelebt hatte, umging. Sie konzentrierte sich wieder auf den Kommentar und versuchte verzweifelt rauszuhören, wo sich das Anwesen befand. Vielleicht konnte sie... Sie trat zurück, ihre Waden berührten das Bett und sie setzte sich. Ihr erster Gedanke war, schnell einmal dort aufzutauchen und selbst nachzusehen, ob es wirklich ihr ehemaliger Liebhaber war oder ein echter Geist oder doch nur ein paar talentierte Fernsehleute, die viel Wind machten. Doch ihre Vernunft hielt sie davon ab. Das letzte Mal, als sie Mörder gesehen hatte, hatte er klargestellt, dass er nichts mehr mit ihr zu tun haben wollte. Und außerdem bedeutete ein altes Ölgemälde, das dem Vampir glich nicht, dass er in diesem alten Herrenhaus wohnte und Kaspar das freundliche Gespenst spielte, obwohl ihm das Porträt verdammt ähnlich sah. Und Menschen zu verängstigen, klang auch sehr nach ihm. Scheiße! Sie wünschte ihm alles Gute. Das tat sie wirklich. Und wenn sie nicht überzeugt gewesen wäre, dass sie etwa so wenig willkommen sein würde wie ihr Geheimnis, dass sie ihm hätte offenbaren sollen, nachdem sie zusammengekommen waren, hätte sie die Reise gemacht. Manchmal war das Beste, was man für jemanden tun konnte, ihm fernzubleiben. Und sie hatte ihm ihre Adresse am Hudson gegeben. Er wusste, wo er sie finden konnte. Oh Gott! Sie hoffte trotzdem, dass er wohl auf war. Das Klopfen an der Tür ließ sie rumfahren. Hallo? sagte sie. Ist das ein Herein? fragte eine tiefe, männliche Stimme. Sie stand auf und runzelte die Stirn. Dabei dachte sie sich, dass die Stimme nicht gerade wie ein Doggen klang. Ja, es ist offen. Die Tür schwang auf und es erschien ein Schrankkoffer. Ein in die Tage gekommener Louis Vuitton Schrankkoffer. Xex nahm an, dass derjenige, der ihn trug, ein Bruder war, wenn man die Stiefel und die Lederhose betrachtete, die sich unter ihm zeigten. Es sei denn, Fritz hatte sein süßes Leben gegen 50 weitere Kilos eingetauscht. Der Schrankkoffer senkte sich so weit, dass sie Tormans Gesicht sehen konnte. Sein Gesichtsausdruck war ernst, doch er war noch nie ein Strahlemann gewesen. Und wenn man bedachte, wohin sein Leben geführt hatte, würde er das auch nie sein. Er räusperte sich und deutete mit dem Kopf auf das, was er gegen seine Brust drückte. Ich habe was für dich mitgebracht, für deine Vereinigung. Ähm, nun ja, John und ich, wir haben keinen Hochzeitstisch. Sie winkte ihn herein. Oder führen Haushaltswarengeschäfte inzwischen Pistolen. Aber vielen Dank! Der Bruder trat durch die Tür und stellte den Schrankkoffer ab. Das Ding war eineinhalb Meter hoch und etwa neunzig Zentimeter breit und schaute so aus, als ob es sich der Länge nach öffnen ließ. In der Stille, die folgte, sah ihr Tormant ins Gesicht und sie hatte wieder dieses seltsame Gefühl, dass er zu viel über sie wusste. Er räusperte sich. Es ist Brauch, dass die Familie bei der Verbindung einer Vampirin die Gewänder für die Zeremonie stellt. Xex runzelte erneut ihre Stirn. Dann schüttelte sie langsam den Kopf. Ich habe keine Familie. Nicht wirklich. Gott! Dieser ernste, wissende Blick ließ sie durchdrehen. Und in dem Gefühlsansturm begann ihre Sympathenseite, ihn abzuschätzen und zu messen. Gut, das machte keinen Sinn. Die wiederheilende Trauer, der Stolz und die Traurigkeit und die Freude, die er fühlte. Sie machten nur Sinn, wenn er sie kannte. Und soweit sie wusste, waren sie Fremde füreinander. Um eine Antwort auf ihre Frage zu bekommen, versuchte sie, in seinen Geist einzudringen und seine Erinnerungen zu lesen. Doch er ließ es nicht zu. Statt seiner Gedanken bekam sie nur eine Szene aus Godzilla zu sehen. Wie stehst du zu mir? Flüsterte sie. Der Bruder wies auf den Koffer. Ich, ähm... Ich habe dir was zum Anziehen gebracht. Nun ja. Doch mich interessiert mehr, weshalb du das getan hast. Sicherlich, das klang undankbar, doch Manieren hatten sie noch nie gekümmert. Weshalb tust du das, Bruder? Die genauen Gründe tun nichts zur Sache, doch sie sind ausreichend. Jetzt konnte sie lesen, dass er es ihr nicht sagen würde. Darf ich es dir zeigen? Normalerweise wäre das für sie auf verschiedensten Ebenen inakzeptabel gewesen. Doch das war weder ein normaler Tag, noch ihre normale Stimmung. Und sie hatte das seltsame Gefühl, dass er sie mit seiner geistigen Blockade schützen wollte. Er wollte sie vor ein paar Tatsachen schützen, von denen er glaubte, dass sie sie bis ins Innerste spalten würden. Ja, gut. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und fühlte sich unbehaglich. Öffne ihn. Die Knie des Bruders knackten, als er sich vor dem Schrankkoffer hinkniete und ein Messingschlüssel aus seiner Gesäßtasche zog. Da war ein Klicken, und er öffnete die Regel oben und unten. Und dann trat er hinter das Ding. Doch er öffnete es nicht voll. Stattdessen fuhren seine Finger ehrfürchtig über den Koffer. Und sein emotionales Raster brach fast zusammen durch die Schmerzen, die er verspürte. Wegen der Sorge um seine geistige Gesundheit und wegen des Leidens, das er gerade durchlebte, hob sie die Hand, um ihn aufzuhalten. Er öffnete den Koffer, indem er die Klappen weit zur Seite schob. Massen von rotem Satan, tiefblutrotes Satan ergoss sich aus dem Schrank auf den Teppich. Es war ein angemessenes Gewand für eine Vereinigungszeremonie. Etwas, das unter den Frauen der Familie weiter vererbt wurde. Die Sorte Kleid, die einem den Atem stocken ließ, auch wenn man kein Zuckerpüppchen war. Zecks Augen schossen hoch zum Bruder. Er schaute nicht auf das, was er ihr mitgebracht hatte. Sein Blick war auf die gegenüberliegende Wand gerichtet. Sein Ausdruck war duldsam, als ob das, was er tat, ihn umbringen würde. »Weshalb bringst du mir das?«, flüsterte sie, als sie erkannte, was es war. Sie wusste wenig über den Bruder. Doch ihr war bewusst, wie seine Schellen ums Leben gekommen war. Und das musste Valesandras Gewand sein. »Es ist eine Tortur für dich.« »Weil eine Vampirin ein ordentliches Kleid haben sollte, um die Reihen abzuschreiten.« Er musste sich wieder räuspern. »Dieses Kleid wurde zuletzt von Johns Schwester getragen, als sie mit dem König verbunden wurde.« Zecks kniff die Augen zusammen. »Es, ähm, es ist also von John?« »Ja«, meinte er heiser. »Du lügst. Ich möchte dich nicht respektlos behandeln. Doch du sagst nicht die Wahrheit.« Sie blickte hinunter auf all den roten Satan. »Es ist unglaublich schön. Doch ich verstehe einfach nicht, weshalb du heute Nacht hier auftauchst und mir anbietest, das zu tragen. Denn deine Gefühle sind sehr persönlich. Und du kannst es dir nicht mal ansehen.« »Wie ich schon sagte, sind die Gründe meine Privatsache. Doch es wäre, es wäre eine willkommene Geste, wenn du in ihm verbunden würdest.« »Warum ist das so wichtig für dich?« Die Stimme einer Frau unterbrach die beiden. »Weil er ganz am Anfang da war.« Xex fuhr herum. Im Türrahmen stand eine Gestalt in schwarzer Kapuze. Und ihr erster Gedanke war, dass es sich um die Jungfrau der Schrift handelte. Doch da war kein Lichtschein um ihre Robe. Ihr zweiter Gedanke galt dem emotionalen Raster der Vampiren. Es war wie eine Blaupause ihres eigenen, beinahe identisch. Die Gestalt hinkte auf Xex zu, stolperte rückwärts und fiel über etwas. Sie versuchte, sich am Bett abzufangen, landete aber am Boden. Ihre Raster waren absolut gleich, nicht in Bezug auf die Gefühle. Doch der Aufbau selbst identisch wie das Raster von Mutter und Tochter. Die Vampiren hob die Hände und zog langsam die Kapuze fort, die ihr Gesicht verdeckte. »Um Himmels Willen!« Der Ausruf kam von Tormand und seine Worte ließen die metallgrauen Augen der Vampiren zu ihm blicken. Und sie verbräugte sich mit großer Achtung. »Tormand! Sohn des Harm! Einer meiner Retter!« Xex bekam am Rande mit, dass sich der Bruder auf den Schrankkoffer abstützte, als ob seine Knie ihn im Stich ließen. Doch was sie wirklich beschäftigte, waren die Gesichtszüge, die enthüllt wurden, waren. Sie waren den Iren so ähnlich. Runder? Richtig. Zarter? Ja. Doch die Knochen waren dieselben. »Mutter!« hauchte Xex. Der Blick der Vampiren richtete sich nach innen, und sie tat dasselbe wie Xex bei ihr. »Wahrlich! Du bist schön!« Xex griff an ihre Wangen. »Wie?« Ihr war stets gesagt worden, dass ihre Mutter in der Nacht ihrer Geburt gestorben sei. Und auch Tormands Stimme war voller Erschütterung, als er fragte, »Ja! Wie?« Die Vampiren kam etwas näher gehumpelt, und Xex wollte augenblicklich wissen, wer ihr Schaden zugefügt hatte. »Um Himmels Willen!« Sie wollte nicht, dass dieser traurigen, lieblichen Gestalt in ihrer Robe jemals eine Verletzung wieder fuhr. »In der Nacht deiner Geburt, meine Tochter, da starb ich. Doch als ich hinter den Schleier treten wollte, wurde mir der Zutritt verweigert. Die Jungfrau der Schrift in ihrer großen Gnade erlaubte mir, auf der anderen Seite zu verweilen. Und dort bin ich immer geblieben und habe den Auserwählten gedient, als Buße für meinen Tod. Ich bin immer noch im Dienst einer Auserwählten und bin hier auf dieser Seite, um mich um sie zu kümmern. Doch in Wahrheit bin ich auf diese Ebene gekommen, um endlich persönlich auf dich zu schauen. Ich habe dich lange vom Heiligtum aus beobachtet und für dich gebetet. Und jetzt, da ich dich sehe, finde ich... Mir ist wohl bewusst, dass du viel zu bedenken hast und einiges zu erklären ist und du über einiges erzürnt sein wirst. Doch wenn du mir dein Herz öffnest, würde ich gern deine Zuneigung erringen. Ich kann aber verstehen, wenn es dir zu wenig ist. Oder... Oder zu spät. Dann, in dem Versuch, irgendwas zu verstehen, versuchte sie in den Geist der Gestalt vor ihr einzudringen. Sie kam aber nicht weit. Alle Gedanken und Erinnerungen waren wie bei Torment verborgen. Sie konnte die Gefühle wahrnehmen, aber keine Details erkennen. Doch sie wusste, dass die Vampirin die Wahrheit sagte. Und obwohl sie sich oft von der, die sie geboren hatte, verlassen gefühlt hatte, war sie nicht dumm. Die Umstände ihrer Empfängnis konnten, wenn man bedachte, wer ihr Vater war, nicht glücklich gewesen sein. Wohl eher schrecklich. Xex hatte immer das Gefühl gehabt, dass sie ein Fluch für die Mutter, die sie geboren hatte, gewesen sein musste. Und jetzt, da sie ihr von Angesicht zu Angesicht gegenüber stand? Sie spürte keine Verbitterung gegen die ruhige, angespannte Gestalt vor ihr. Xex stand wieder auf und spürte Tormans furchtbare Verzweiflung und seinen Unglauben. Auch sie fühlte so. Doch sie würde sich nicht von dieser Gelegenheit abwenden. Diesem Geschenk, das ihr das Schicksal in der Nacht ihrer Bindung gegeben hatte. Sie ging langsam über den Teppich. Als sie bei ihrer Mutter angelangt war, bemerkte sie, dass diese viel kleiner, schmächtiger und ängstlicher war als sie selbst. »Wie heißt du?«, fragte Xex rau. »Ich bin...« »No one«, antwortete sie. »Ich bin... no one.« Ein scharfer Pfiff ließ alle Köpfe zur Tür rumschnellen. John hatte gerade das Zimmer betreten. Seine Schwester, die Königin an seiner Seite. Eine kleine rote Tasche mit dem Schriftzug eines Juweliers in seiner Hand. John war offensichtlich nicht trainieren gewesen. Er war mit Bath in der Welt der Menschen gewesen, um einen Ring zu kaufen. Xex schaute alle Versammelten an und überlegte, was für ein Bild sie abgaben. Torment bei seinem Schrankkoffer. John und Bath in der Tür. Und no one beim Bett. Sie würde sich ihr ganzes Leben lang an diesen Augenblick erinnern. Und obwohl sie mehr Fragen als Antworten in ihrem Kopf hatte, fand sie die Kraft, John auf seine stumme Frage zu antworten, wer denn der mysteriöse Gast sei. Tatsächlich war er der Grund, weshalb sie überhaupt antworten konnte. Immer nach vorn sehen. Es gab so viel in der Vergangenheit, das am besten in den Annalen der Geschichte blieb. In diesem Raum, mit diesen Leuten, musste sie vorwärts schauen. Sie räusperte sich und sagte laut und deutlich, John, das ist meine Mutter und sie wird mir bei unserer Vereinigung zur Seite stehen. John schien komplett verwirrt, doch er kam schnell darüber hinweg. Wie ein echter Vampir von Wert ging er auf no one zu und verbeugte sich aus der Hüfte heraus. Nachdem er gestikuliert hatte, übersetzte Sex heiser. Er sagt, dass er dankbar ist, dass du in dieser Nacht hier bist und dass du uns in unserem Zuhause immer willkommen sein wirst. No one schlug, von ihren Gefühlen überwältigt, die Hände vors Gesicht. Danke, vielen, vielen Dank. Leute zu umarmen war nicht gerade Sexstärke. Dafür war sie aber gut im Stützen. Sie griff nach dem furchtbar dünnen Arm ihrer Mutter, um zu verhindern, dass diese zu Boden ging. Es ist gut, sagte sie zu John, der sichtlich ausflippte, weil er die Vampiren aufgebracht hatte. Warte, nicht dort rüberschauen. Du darfst meine Robe nicht sehen. John erschrak. Robe, formte er mit seinen Lippen. Ja, es war wirklich schwierig zu sagen, was der größere Schock für ihn war. Ihre Mutter, die das erste Mal in 300 Jahren aufgetaucht war, oder die Tatsache, dass sie ihren Hintern in eine formelle Bindungsrobe stecken würde. Man wusste nie, wohin einen das Leben führen würde. Und manchmal waren die Überraschungen nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Nummer eins, John. Nummer zwei, eine Robe. Nummer drei, ihre Mutter. Heute war eine gute Nacht. Eine sehr gute Nacht sogar. Sie ging hinüber und schloss das Kleid ein. Ich muss mich anziehen. Ich möchte nicht zu spät zu meiner eigenen Verbindungszeremonie kommen. Als sie den Schrankkoffer aus dem Zimmer schob und dabei die Hilfe der Vampire ablehnte, fragte sie No One und Beth, ob sie mit ihr kämen. Immerhin bei ihrer Mutter und Johns Schwester ging es darum, miteinander vertraut zu werden. Und was war da besser geeignet, als sie ordentlich anzuziehen für ihren zukünftigen Heron? Für ihren Mann von Wert, für die Liebe ihres Lebens. Ja, die heutige Nacht war wirklich das Beste, was ihr je widerfahren war. Und was war da besser?